was geht leute ich er boi dave heute mit smash or pass teil 2 mit furkan check den jungen ab links in der video beschreibung und ja let's do this so nummer eins ist das erste battle ist und karovi you know her also ich finde da gibt es gar kein bettel so doch doch nein da gibt es in der ersten folge fan von dieser karovi ihr wisst bescheid da gibt es kein bettel bruder doch ich sage euch ehrlich ja ich bin für karovi naja kim kim bruder kim 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 letztes mal hat die münze entschieden heute entscheidet ching shang shang bis 1 papier oh mein gott Was ist das für ein Chiru? Was ist ein Mensch, Alter! Du hast so langsam was für mich zu machen! Mach mal! Du hast so langsam was für mich zu machen! Du hast so langsam was für mich zu machen! Der macht so! Der macht so! Nein, 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 wir machen doch mal! Was ist mit der Asche, Digga? Abos Allah! Digga! Komm! Mach hinter dein Rücken! Zeig mir auf drei! Okay! Okay, Digga! Warte, warte, ich mach so! Zeig! Eins, zwei, drei! Fuck, Alter! Okay, Leute! Kim Kardashian ist weiter! Normal, Digga! Du hast leider verloren, ja! So! Das nächste Battle ist zwischen... Charlena und Hassani! Unser Apropos geht raus an ihre Familie, dass wir noch leben! Gegen Zendaya! 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 Aber bei diesem Battle, gar keine Frage! Charlena und Hassani ist mein Favorit! Bro, du weißt selber, guck dir das an! Oh, Bro, die ist schon süß! Die ist süß! Die ist süß, Bro! Du kommst nach Hause, Bro! Willst du was Süßes? Oder hast du Hunger? Du weißt Bescheid, Digga! Du hast Hunger, Digga! Du hast Hunger! Wenn ich nach Hause komme, ich brauche was Richtiges zu essen, Digga! Echt? Keine Bounty oder so! Nein, 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 lass! Junge! Ich muss doch nach dem Mal Collage... Ah, stimmt! Komm, mach nochmal mit! Okay, ne, mach das selber! Nachher ist da irgendwelche... Auf jeden Fall! Auf jeden Fall, Digga! Hassan! Boah! Du weißt selber, die gemacht hat und nicht diese Faxen jetzt! Ja, Digga! Digga, die hat halt... Bruder, die Körper! Zwei riesen Argumente, Bruder! Die für sich sprechen, aber... Ich weiß nicht, Digga! Bro, willst du Frau oder willst du Kind? Warst du Kind? Wo ist ein Kind? Der steht im... Oh, wow! Oh, wow! Du bist immer so süß, oder? Digga, du willst immer so komisch... Nein! Das ist krank, Digga! Ja, die ist hübsch! Ja! Aber vergleichst du den anderen? Ja, die andere Frau, Digga! Die ist Kind! Weil selber... Smaschen, Bruder! Und Zendaya, was machst du mit der? Geh ich auf Spielplatz! Nee, Bruder! Mit der machst du du Spaziergeln! Was ist ja ein Mensch, Alter! Ja, komm, lass mal dieser Hassan durch! Normal, ja! Nachher, ich lass dich nicht durch! Der Familie schlecht mich ab, aber... Lass! Ja! Ja! Die nächste ist... Aljana Mavla gegen... Kale Anderson! Boah! Du hast... Ich bin für Kale! No cap! Ich bin für die andere... Boah! Die ist doch nicht hübsch! Ja! Was? Guck mal! Wo ist die nicht hübsch? Was ist das? Wo ist die nicht hübsch? Was ist das? Was ist los mit dir? Was ist das? Nee, Digga! Die ist nicht hübsch! Du weißt ja... Boah! Ist die hübscher als sie! Safe! Niemals! Niemals! Safe! Doch, Digga! Nein! Boah! Das ist weil die Bikini-Bild hat! Die andere hat ein normales Auto dann! Du weißt selber, Digga! Hätte ich so normale Kleider an! Du würdest sie nie... Du würdest sie jetzt vorbeilaufen! Du würdest sie niemals ansprechen! Weil du genau weißt, Digga! Boah! Sieht krass aus! Naja! Ist nicht meins! Kale! Das ist mein Nummer! Scheng-Shang-Shong! Scheng-Shang-Shong! Ich bin für Kale! Er ist für... Aljana Mavla! Bei drei! Zähl du! Eins! Zwei! Drei! Goodbye Aljana! Okay! I got you! So! Die nächste ist! Taylor Ruffin! Ich will die essen wie Moffin! Gegen! Juliana Giesmann! Boah! Ihr seht wie diese Punkte! Ja, ja! Das ist ehrlich! Muffin! Muffin, Digga! Safe! Taylor Ruffin! Das ist mein Muffin! Tiana! Nächstes Battle! Tiana! Tiana! Aljana! Dave's Babe! Ach du Scheiße! Jangan hat mich! Tiana! Janganin! Muffin! Das ist gar kein Gegner! Wie Assi! Wie Assi! Wie Assi! Das ist alles zufällig erstellt, ne! Dieses Match-Up! Also ich hab da nicht irgendwie... Geschungelt so. Also Tiana ist von meiner Seite weiter. Auf jeden Fall weiter so. Taylor Hills tut mir sehr leid, aber ganz leicht. Dann Lexi Wood. Lexi motherfucking Wood. Gegen Wood, Wood, Wood. Alana Rington. Lexi, die Girl. Lexi ist... Früher hat diese Bildzeit anders. Lexi. Diese Fullface Make-up und so. Diese Augen. Aber Alana Rington ist so. Die ist so asozial. Nein, bro. Die ist so. Tropical. Doch, bro. Guck. Die ist so eine auf. Die ist so Hausfrau. Das ist so schick. Mickey-mäßig. Ja. Mit der anderen gehst du essen. Mit der anderen. Mit Lexi geht man so essen. Nur so schick. Restaurant. Dies, das. Aber so. Das war schöne Frau. So Ride or Die. Ride or Die ist Alana. Ist einfach so, dicker. Stimmt, dicker. Das sieht so aus. Ich würde Lerner nehmen. Auf jeden Fall. Ride or Die. Can't go 50-50 with no hoe. Nie wüsst du Bescheid. Was sagst du? Ich bin auch für dich. Feel me. So, die nächste. Cara Jawel. Gegen. Najin Mirzalehi. Ich bin für diese Dings. Ich bin für Cara. Was? Bist du sicher? Nee. Ja. Nein. Ich bin für Cara. Cara Baby. Was findest du an der besser als? Der sagt mir das. Bruder, diese Dings. Die hat nicht so viel Make-up wie die andere. Mhm. Und die, die macht so auf teuer so. Ich zieh den Mantel an, dies, das, dies, das. Bruder, sie sieht fresh aus. Die andere. Die da ist irgend so, keine Ahnung. Die wohnt so am Meer, Bruder. Die hat nur in die Hose gesehen, Bruder. Halt, die geil. Die braucht keine Hose, Bruder. Die ist natural, ja. Die lebt in den Wald. Und die macht so auf Wannabe, so Wannabe, Neureich. Du weißt, wie diese Leute sind. Vielleicht ist die Rich, wo es sind. Und nicht Neureich. Doch, die ist Neureich. Weil Leute, die Rich sind, so Rich, Rich. Rich, Rich. Die zeigen dir. Ja, die zeigen dir. So wie sie sind normal. Moving in silence. Okay, Digga. Ich muss das Scheng-Song machen. Wieso ich? Zäh so, Bruder. Eins, zwei, drei. Goodbye. So, das nächste Battery. Janina im Shaik. Janina im Shaik. Gegen. Digga, der hier in den Augen sind. Sophia Richie. Sophia Richie ist weiter. Ja, safe. Fertig. Wir machen das ganz schnell hier. Safe, safe, safe. Ganz schnell. Fertig. Safe, Digga. Done. Jess Tux gegen Candle. Kenner. Candle, Bruder. Safe, Candle. Boah, ich habe Candle schon letztes Mal nicht weitergelassen. Gegen wen war das? Gegen Ariana Grande. Boah, ich bin immer noch... Ich bin der Meinung, Digga. Und so. Ja, Bruder, Candle ist bad. Das ist doch klar. Aber Poisi. Nein, Digga. Ach, doch, Digga. Nein, Digga. Okay, Candle ist schon gefährlich, ich sage wahrscheinlich. Im Vergleich zu ihr ist Candle schon gefährlich. Gefährlicher Sange. Also, ich bin für Candle. Ist auch klare Sache. Effekt. Dann, Kylie Baby. Kylie Baby gegen... Cardi. Cardi. Motherfucking B. Cardi. Ich bin für Kylie, ich hoffe, Digga. Für Kylie, Digga. Guck, wie schnell das geht. Als wäre Cardi B ja niemand wie Assi. Aber Digga, so Cardi B und Kylie, Digga. Das ist schon Assi, ne? Das sind zwölf verschiedene Welten, Digga. Kylie ist halt anders. Aber Cardi B ist mehr so wife. Ride or die. Seid ihr ehrlich. Aber ich bin trotzdem für Kylie. Schau. Dann. Riri. Rihanna. Gegen. Young Peppermintz. Rihanna ist weiter. Fertig. Oder willst du mir sagen, Young Peppermintz? Nein, nein. Ja, kacke. Voll egal. Tut mir leid. Young Peppermintz, falls du das siehst. Tut mir leid. Aber Rihanna ist Rihanna. I'm sorry, bae. Also, Shirin David gegen... Sincerly Juju. Juju, bruh. Saved. Juju. Juju an der Beat. Juju ist Bescheid. Shirin. Du bist leider draußen. Es tut mir sehr leid. Die Musik ist dope. Ja. Aber du bist leider draußen bei deinem Smash-O-Pass. Ja. Okay, Leute, das war's mit dem Video. Liked, abonniert, kommentiert, gönnt dem Bruder. Schaut bei seinem Kanal vorbei. Ich bin bei vielen Videos auch dabei, die auf seinem Kanal sind. Bitches. Auf jeden Fall. Das war Runde 2 von dem Smash-O-Pass. Runde 3 kommt die Tage. Und da... Stay tuned. Geht's langsam Richtung Finale. Wer letztendlich die Queen ist. Wer das Ding gewinnt, ja. Auf jeden Fall. Wir sehen uns, Leute. Haut rein. Stay blessed. Goodbye. Bye. 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 Vielen Dank.